So, wir sind wieder da und wir haben wieder eine Banger-Begegnung, das Semi-Final des Loser-Bergits. Mehr gegen mehr, let's go! Ja, ich muss sagen, ich habe richtig Lust darauf, das heißt, wir haben da vorne hier sitzen, wir haben Niceface hier sitzen. Ja, aber ich meine, sag mir eine Person, die keinen Bock auf das Matchup hier hat. Das weiß ich nicht, ich kenne keinen. Es gibt keine, das ist der Punkt, deswegen gibt's keinen. Ich sag mal so, ich kenne jetzt auch nicht so viele Smash Bros Spieler, aber... Kennst du einen, kennst du alle, keiner will das so machen. Perfekt. Deswegen haben auch alle gerade eingeschaltet, das ist ja... Ja. So funktioniert das eigentlich. Genau, ja. Das ist doch wundervoll. Nur hier seht ihr 1A-Gameplay von dem Link, 1A-Gameplay von dem Mi Fighter, Mi Brawler. Tja, Professionals Commentary. Ja. Und es geht direkt los. Oh, den ersten Kampf direkt gewonnen. Und wir können ein bisschen hier über die Mi-Variation reden, die der Fang hier spielt. Ja. Äh, wir sehen, ganz klassisch, Down-B ist ja fast keine Diskussion mehr. Flip-Kick ist einfach broken als Recovery. Ähm, worüber es schon einen Streit gibt, ist Side-B, ne? Mhm. Da sehen wir jetzt hier den Griff. Der... Der war am Anfang der große Favorit. Aber nach und nach hat sich tatsächlich die, ähm, die Fire-Kick Side-B auch ein bisschen durchgesetzt. Ähm, weil es da auch einen Expert gibt, wenn man die be-reversed, dann geht die weiter. Ja. Und es gibt einem sehr gute Option fürs Recoveren. Ja. Oh, der Two-Frame. Oh, schöne Kugeln hier. Wichtig. Was willst du dagegen machen? Es ist zu clean! Es ist wirklich... Es war sehr, sehr clean. Können wir über diese Edge-Charaktion... Er hat ihn wirklich... Er wusste genau, wo er ist und hat perfekt exekutiert. Ja. Also du hast jetzt hier einen sehr schönen Lead, den Dafong sich erarbeitet, direkt. Kombo dich auch schon den zweiten... Das zweite Leben weg von Nice Face. Ja. Was wir auch sehen, beide Charaktere haben, äh, Sex-Kicks als Nutria. Ja. Und was wir jetzt auch schon ein bisschen von Dafong gesehen haben, so ein Move ist hervorragend, um Normal-Get-About zu covern und Jump, weil man einfach hier steht und genau das macht. Und es ist ein sehr geringes Timing, wo dann Nice Face aufstehen kann, um nicht getroffen zu werden. Und wenn er getroffen wird, dann kannst du ein Combo geben, je nachdem wo er getroffen wird. Wäre sogar schön, wenn er auf einem starken Hit getroffen wird, weil das... Ja. Boah, das war... Hat den jetzt gerade gegriffen und dann geschmissen, oder? Ja, schien so. Und dann der Up-Switch, aber hat noch nicht gekillt. Okay. Aber... Er holt die Prozente... Und den zweiten Stock auch noch. Ja. Vielleicht ein bisschen Desperate-Move da von Nice Face. Ja. Mit der Landing-Down-Air. Ja. Und denkt sich, okay, kann er jetzt direkt abbiegen, das ist relativ safe. Aber Dafong weiß das leider. Ja. Das war auch ein guter Versuch. Nice Face muss jetzt eigentlich wirklich sich hier noch zwei Stocks holen, um irgendwas machen zu können. Das wird schwierig. Oh. Dafong hier für ein bisschen... Dafong hier auf ein bisschen Fischen in den F-Smash. Ja. Aber er kann es dir glauben. Er ist zwei Stocks vorne. Ja. Immer noch. Auch der Stotze vor, der... Ja. Er stirbt da auch nicht. Ja. Ist hier auch schnell genug, dass die Bombe nicht ausgelöst werden kann. Ja. Und was macht Nice Face hier? Dafong fängt jetzt auch an, ein bisschen wegzulaufen. Und Nice Face muss jetzt approachen. Ja. Er kann auch keine Projektile einfach werfen. Oh. Nice Face muss eigentlich was machen hier. Okay. Und sich wenigstens noch ein... Da ist ein Start. Aber glaubst du, das wird hier einfach... Nein. Das reicht nicht. Ich glaube, es ist leider ein zu dominantes Auftreten, was Dafong hier an den Tag legt. Guter Start. Guter Start. Aber... Oh. Ich bin bereit, mich eines besseren belehren zu lassen. Auf jeden Fall. Wir haben schon verrücktere Comebacks gesehen heute. Wette ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel so was. Okay. Okay. Nice Face is alive. Nice Face is alive. Dafong. Und dann geht's los. Weglaufen. Nein. Double up tilt. Und... Oh. Das ist eine wilde Kombo. Zweites Stock. Zweites Stock jetzt sehr dominant von Nice Face. Aber... Er braucht auch noch einen dritten. Ja. Von Recovery? Ja. Das ist zu risky. Man hat gemerkt, er hat versucht, den Face nicht zu machen, damit er den Landing nicht hat. Aber das hat natürlich dann Dafong die Möglichkeit gegeben, einfach zu timen und zu upsmashen. Ja. Aber auch eine schlechte Situation, wenn man da oben ist. Ja. Das ist das erste... Das erste Game gewesen. Das erste Game. Sehr dominant von Dafong. Genau. Und der geht jetzt hier in Führung. Jetzt... Bin ich mal gespannt. Wir haben am Ende des ersten Games gerade eben schon ein bisschen Richtungswechsel gesehen. Nice Face ist sehr gut zurückkommen. Ja. Ähm... Bin ich mal gespannt, wie sich das zweite Game jetzt überträgt. Das stimmt. Was ist deine Prediction? Boah, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, wenn Nice Face genau da ankünften kann, wo er aufgehört hat. Also genau mit dem Tempo weitermacht. Dann kann er das zweite jetzt für sich entscheiden. Ich glaub auch. Das Momentum war grad dabei, ein bisschen in seine Richtung zu schwingen, wenn das jetzt weitergeht. Aber Dafong hat jetzt eine kurze Pause. Mental Reset. Vielleicht kann er jetzt die nächste Trickkiste öffnen. Ja. Mal sehen. Wie der ähnliche Startliste ist. Also die Musik ist natürlich auch für Link sehr gut hier. Ja. Der Damage Boost hier durch die Musik, der ist ja voll frech. Ja, der ist ja voll unfair. Ja. Äh... Um sicher zu gehen. Musik versteckt nicht actually einen Schaden. Nicht, dass die Leute was vorwerfen. Nein. Ja. Da haben wir sie jetzt dasselbe, ne? Da eben war Dafong mit dem Nair Coverage. Ja. Und jetzt hat der Link allerdings Rolle. Ist das Tool dagegen? Doch ist es sehr ausgeglich von den Prozenten. Naja. Ja, Nice Face jetzt mit nem kleinen Lead. Aber... Der Schleck ist definitiv nicht safe. Ah. Könnt ihr das? Nein, noch nicht. Okay. Die ist auf jeden Fall deutlich ausgeglichener. Aber fast ein 40% Lead. Ich meinte ein 20% Lied. Und damit meine ich 50% Lied. Und jetzt hat er die Edge Control theoretisch. Das ist auch so ne Sache für die Nice Face. Die macht er gerne. Runtergedrückt halten. Und dann mit der Abi über die Karte... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war's. Das... Oh. Schöne Snipes. Das war sehr sauber. Ihn da in der Luft getroffen. Dadurch die Jumps denied. Oh, hier ein kurz kleiner Reset-Combo. Ja. Versucht den Absoluter Shield. Bisschen desperate. Jetzt Nice Face hier mit dem Momentum. Oh, die Forwarder von Link sehr, sehr stark. Wie man gerade gesehen hat. Da können sie generell ein bisschen über die Tools, die hier die beiden haben unterhalten. Äh, wir sehen auf beide Charaktere haben wir wie schon angesprochen. So ein Sex Kick. Aber die sind nicht ganz gleich. Der von, ähm, The Fang auf Mi Brawler ist schneller. Ja. Äh, kleiner. Ja, mir fallen keine weiteren positiven Attribute ein. Hä? Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter Move. Aber auf Links Seite haben wir auch einen hervorragenden Move. Einer der stärksten Sex Kick im Game, wenn ich's richtig weiß. Der auch für immer bleibt und auch super safe ist. Beide Moves natürlich, wie man's davon kennt, ne, minus zwei oder so. Das punishst du nicht. In der schönem Mag-Space-F-Tilt. Einfach nur um zu gucken, was möchte The Fang da machen. Ja. Jetzt hat hier Nice Face das Momentum und holt sich die Führung. Reverse des ersten Games? Gleich kann man hier ausgleichen. Mal sehen. Mi Brawler hat Killeroptionen, aber die sind nicht unbedingt leicht anzubringen und teilweise auch nicht so sicher. Die Becker ist da auch einer der Besten. Ja. Nice. Jetzt musst du auch die Low-Coverty zu covern. Finden wir's natürlich auch fein, wenn du da dein Leben ausgibst. Ja. Aber der F2-Killt tatsächlich. Wusstest du, dass der F2-Killthrow ist? Was denn? Wusstest du, dass der F2-Killthrow ist? Nein. Ich auch nicht. Wusst ich nicht. Dann wär's Neues gelernt, ne? Okay. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. So. Ja, das ist die Schlechte. Du willst nicht getroffen werden vom Abfilt vom Mi Brawler. Da ist einer der schlimmsten Kombostatter. Oh. Oh, hier. Die Fake. Fake-Out. Und wir gehen rein. Ja. Und das ist jetzt wieder... Schauen wir mal, wer sich den ersten Stock sichern kann. Mach mir ein bisschen Sorge um der Fang. Der hat nicht dasselbe Momentum Shift gezeigt wie Nice Face im ersten Game. Aber irgendwas in die Richtung Mystics kommen. Er will keine Wiederholung des zweiten Games. Das Nice Face da, was... Da ist Nice Face sehr gut drin, dass er halt den ersten Stock holt und dann einfach sich weigert zu sterben. Ja. Den Typen zu töten ist schwierig. Schön. Man tradet hier ein bisschen vor und zurück, aber noch. Oh. Ah. Nicht mehr ganz ausgeglichen. Er ist doch reingerollt. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist jetzt ein klarer Vorteil hier für Nice Face, den er ausspielen kann. Wow. Das war ein Fehler von der Fang. Jetzt muss der Fang halt schauen, dass er eben sozusagen den Return hier kriegt. Ja. Sieht aber so gut aus. Er macht gute Prozente. Er hat Hits, die treffen könnten. Jetzt geht der Risiko hier. Er hat Hits, die treffen könnten. Das ist der Trick von Nice Face. Diese Reverse Abi, dass du rausgeschossen wirst. Killed nicht. Aber noch ist alles fein. Der Fang erst 9%. Wenn er jetzt den Finish landen könnte, ist noch alles offen. Aber er will jetzt nicht Damage futtern. Ah. Genau das wird er nicht. Das ist keine Güte. Das ist jetzt. Ja, das wird jetzt immer schwieriger. Er hat kein Jump. Aber es ist okay. Nice Face. Kann nicht. Folgt nicht. Weiß er genau wie lange er charten kann. Aber es killt knapp nicht. Oh, schöne Kugel. Genau. Holt sich damit die Freiraum anerkannte, dass er ohne Problem recovern kann. Aber muss ich jetzt hier den Stock holen. Ansonsten... Ah. Das ist noch was ich meinte. Das ist mein 2 oder Kimmove. Ja. Kein gutes die Ei glaube ich da. War nicht ganz klar auf welcher Seite rauskommt. Und ist das 2 nach oben geflogen. Das ist weg ja endlich. Okay. Aber leider 1 Stock zu spät. Ja, das ist jetzt leider ein bisschen schwierig noch. Aber noch ist nicht Hopfen und Malz verloren sagt man ja. Ist ja auch alles noch ein bester 5. Ja, eben. Das kann sich alles noch mal ändern. Aber du musst halt schauen, dass du jetzt hier wirklich von dieser Kante weg kommst, weil da hat Nice Face wirklich die Kontrolle einfach. Oh, guter Durchgang. Die Abi von Link zu Challenge von oben ist gar nicht mal so leicht. Ja. Die hat echt gute Hitboxen da oben. Aber es hat funktioniert. Ja. Das war's ja. Das war's ja. Das war's. Dominante Performance hier von Nice Face. Ja. Auf jeden Fall. Und der sichert sich jetzt hier die Führung auch. Definitiv. Das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Einfach auch fürs Mentale. Ja, das muss. Das muss ein bisschen schmerzen. Das ist wichtig, da dann einfach in Führung zu gehen. Und da vorne noch ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja. Weil er ist jetzt geforst zu agieren. Er muss jetzt. Er hat keine andere Wahl. Ja, wir können uns mal wieder sehen, ob jetzt wieder eine neue interessante Stage-Torries hier auftauchen. Geht's. Ja. Ja, es geht auf Smashville. Ja, es geht auf Smashville. Was hältst du von der Wahl? Was hältst du? Was hältst du von der Wahl? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Ich hebe mich mit den Karten tatsächlich gar nicht aus. Verdammt. Deswegen wollte ich dich fragen. Verdammt. Ja. Ich würde die Frage zurückschmeißen. Was hältst du von der Wahl? Ja, also. Die Plattform ist sehr klein. Das heißt, es gibt nicht viel Chasedown. Aber es gibt auch nicht so viele Combo-Möglichkeiten für Mi Brawler. Ah, okay. Wer will hier mehr Chasedown? Obwohl, der Platz sollte ausreichen für ordentliche Mi Brawler-Combos. Ich glaube, das wird hier der geringere Spiel sein. Ja. Ich weiß nicht, ob Platz das das Detail ist, das jetzt bis jetzt in der Season, in der Serie hier wichtig war. Okay, kurze Roll-Read, aber kann man jetzt ein Landing mit näher. Bin ich mal gespannt. Ja. Aber Plattform-Extensions sind stärker auf Mi Brawler, glaube ich. Obwohl, äh... Oh! Das ist wichtig. Oh! Leg stark vor! Früher erster Stock. Das willst du nicht sehen. Das willst du nicht sehen als Stefan. Überraschung. Das tut richtig weh. Aber du hast, ich sag mal so, du hast den auch schon auf 113% jetzt inzwischen hochgeprügelt. Das stimmt. Oh, schöne Kugeln wieder. Oh, was das? Das müsste gewesen sein. Oh, er recovered sich. Oh, was? Er recovered? Mit der Bombe, die Bombe-Recovery, ja. Stark. Das war's aber. Ja! Ja, das war... Wir haben ein Game. Wir haben ein Game. Nein, 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 nein. Doch lange nicht. Hier wird's nicht richtig geprügelt. So nämlich. Häuptsächlich mit Füßen. Aber ein paar Fäustschläge sind auch dabei. Das wie das ist Whisky. Kriegt einen voll aufgeladenen Smash da. Also... Wenn du dich prügelst und... Also es gibt doch keinen Fachbegriff für eine Prügelein mit Füßen. Kickboxen? Nein? Und ich... Nee, oder? Nee. Fällt mir zumindest jetzt nicht ein. Da sieht man das Setup, ne? Wenn der Fang da gesprungen wäre, hätte ich nicht vor oder erwischt. Das wäre ja nicht gut gewesen, aber... Die haben's hier mit Profis zu tun. Die Jumpler nicht. Da wollte... Ist er tot? Nein, der kommt ganz kurz zurück. Ja. Das ist das Problem, ne? Die Side-Pee von Mi Brawler. Da sieht man's. Und sehr stark ist gut zum Landen. Weil der Gegner möchte natürlich... Der wartet Landing Ariels. Will shielden. Und dann grabs du ihn. Macht ja auch ordentlich Damage. Bin gespannt, wie die Edge Guard-Situation sich ausspielt. Gar nicht anscheinend. Wir fangen... Dash direkt da durch. Jetzt Reverse. Ja. Oh. Er kommt an die Kante. Uh. Ja. Das ist schwierig hier mit der Kante. Das ist wieder... Aber alles offen. Das ist ein Stock, den ich einfach nehmen kann. Ja. Aber... Leichter Ausgleich hier. Wieder die Bomb-Recovery. Bomb-Recovery schon wieder. Es ist... Und... Ah. Kann er es nochmal? Er ist alles fein. Solange er... Oh. Er hat aber auch fast 180% hier schon. Der fliegt richtig weit. Ja. Die Nährregel. Ja. Die Nährregel. Ja. Wir haben darüber geredet. Das sind Sexy-Kirr-Charaktere. Die haben Nähr. Die töten alles. Die brauchen nichts anderes. Wieder schöner Grab direkt zu anfangen. Mhm. Das ist schade. Aber Nice Place Treasure da an der Kante ist auch... Ja. Er weiß genau welche... Er forst die Option raus und punisht sie. Ja. Ja. Aber auch... Trotzdem wieder beide Supersmart. Die fangen mit dem Kick, um den Pfeil abzuwehren. Ja. Aber kommt dadurch zu tief und kann nicht mehr becovern.